Und bevor ich starte, bitte ich mich noch die beiden Hauptakteure des heutigen Abends hier zu mir nach vorne. Das ist Adrian Streich. Adrian Streich ist das. Der befindet sich gerade noch im Gespräch. Ich hätte vielleicht doch noch ein bisschen später beginnen sollen, aber ich bin mir sicher, dass er gleich hier sein wird. Und das ist Axel Simon. Ich würde mich auch freuen, wenn du ein bisschen hier zu mir ein bisschen näher kommst. Adrian, ich wäre total happy, wenn du hier an diese Seite kommst, weil hier vorne steht eine Kamera und die sollte sozusagen nicht nur den mehr oder weniger leeren Eingang filmen. So und das ist jetzt das Signal, dass es losgeht. Lieber Adrian Streich, hier zu meiner Linken, lieber Axel Simon, liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, ich begrüße euch und Sie recht herzlich zur Eröffnung der Ausstellung Adrian Streich, Citta Analoga. Und freue mich, dass wir heute Abend gemeinsam die Gelegenheit haben, diese Ausstellung zu eröffnen, zu sehen. Und ich hoffe auch im positiven Sinne zu diskutieren und zu reflektieren und das nicht nur entre nous, sondern gemeinsam mit Adrian Streich. Also das ist der Punkt, um nochmal zu sagen, herzlich willkommen, lieber Adrian Streich. Damit wir das, was wir sehen, besser verstehen, haben wir wie immer einen Gast eingeladen, der uns ein paar Stichpunkte mit auf den Weg gibt. Ich freue mich, dass dieses Mal die Einladung Axel Simon angenommen hat. Auch an ihn nochmal ein herzliches Willkommen in Berlin. Bevor ich das Wort an ihn übergebe, möchte ich, wie immer, gerne die Gelegenheit nutzen, ein paar Worte zur Ausstellung aus meiner Perspektive zu sagen. Diejenigen von euch, liebe Gäste, die öfters hier sind, wissen, dass die Galerie kein Ort ist, an dem Architektur schlicht dokumentiert wird. Sondern, dass es ein Ort ist, wo Thesen vorgestellt werden und dass es ein Ort ist, der eigentlich eine Werkstatt ist, bei der es jedes Mal darum geht, einen bestimmten Teilaspekt eines archätonischen Schaffens oder eines archätonischen Denkens in ein räumliches Statement zu übersetzen, das nur hier an diesem Ort funktioniert und für diesen Ort entworfen ist und nicht endlos kopiert werden kann. Und darüber hinaus ist es seit Jahren eigentlich Tradition, dass die eingeladenen Architekten nicht nur ihre Arbeit vorstellen, ihre Projekte thematisieren, sondern zugleich den dazugehörigen Kontext und uns, den Besuchern, somit Einblicke gewähren, die wir nicht in Publikationen und im Netz finden. Und ich persönlich bin dann immer sehr dankbar, dass die Architekten die Gelegenheit wahrnehmen, tatsächlich wie so ein Blick auch vielleicht nicht nur hinter die Kulissen, sondern über den Tellerrand zu gewähren. Vor diesem Hintergrund freue ich mich, dass Adrian Streich eine Ausstellung entworfen hat, die enorm vielschichtig ist, obwohl sie auf den ersten Blick vielleicht einfach aussieht mit ihren farbigen vier großen Modellen. Natürlich ist die Ausstellung zuerst eine Veranschaulichung seiner Denkhaltung und Arbeitsweise, indem sie zwei seiner Projekte und zwei dazugehörige Referenzen vorstellt. Dazu muss man jedoch anmerken, dass das, was wir hier von außen sehen, diejenigen, die schon drin waren, haben das bemerkt, das, was wir von außen sehen, ist nur eigentlich ein Teil der Ausstellung. Nämlich eine Art Bühne für die Monografie, die im letzten Jahr bei Park Books erschienen ist und die drinnen auf dem Tischchen ausliegt. Auch wenn die Maßstäbe der Darstellung, das heißt nämlich die Grundrisse im Buch und der Maßstab der Modelle in der Galerie natürlich sehr verschieden sind, so erkennt man doch schnell, so meine ich, eine gelungene Wohnung funktioniert eigentlich auch wie eine Stadt, wenn sie gelingt. Und eine intakte Stadt funktioniert eigentlich wie eine gute Wohnung. Und Adrian Streich ist eben ja nicht nur jemand, der Wohnungen entwirft, sondern diese Wohnungen befinden sich in Häusern und diese Häuser bilden Städtebau. Und ein nächster Punkt ist natürlich der Titel Citta Analoga und die Gegenüberstellung von zwei eigenen mit zwei und von zwei Gebäuden anderer Architekten. Diese Überschrift verleiht der Ausstellung, wie ich meine, ein wirklich besonderes Momentum. Diese Versuchsanordnung stellt nämlich die Frage, welche Bedeutung Aldo Rossis Begriff von der analogen Stadt heute überhaupt noch hat oder überhaupt noch geläufig ist. Ist der nur historisch oder gewinnt der angesichts der aktuellen Herausforderungen vielleicht auch eine neue Bedeutung? Als Adrian Streich und ich uns vor Monaten über die Konzeption der Ausstellung unterhielten und er mir vorschlug, dass unter anderem eben auch ein Projekt von Aldo Rossi hier zu sehen sein wird in der Ausstellung, ausgerechnet das Projekt Schützenstraße, wies sich ihn darauf hin, dass gerade dieses Projekt, das letzte realisierte Projekt von Aldo Rossi, für die Berliner in gewisser Weise ein rotes Tuch darstellt. Aber Adrian Streich hatte recht, als er entgegnete, du sagtest, ich sehe das Projekt ohne ideologischen Ballast und betrachte es als idealen Forschungsgegenstand, zumal 25 Jahre seit seiner Entstehung vergangen sind. Und damit hast du recht und ich fände es interessant, dass du uns sozusagen vorzeigst, dass man auch eine andere Perspektive, die nicht ideologisch gefährdet ist, einnehmen kann. Damit die Besucher sich mit der Materie vertraut machen können, nämlich die der analogen Stadt, haben wir in der Ausstellung neben die Monografie von Adrian Streich auch Aldo Rossi, die Architektur der Stadt gelegt und ich war doch erstaunt, als ich das Buch zum Anfang nicht fand im Netz und niemand fand das, also auch keine befreundeten Antiquare. Und das Werk ist also vergriffen und ich danke Jörg Gleiter, Professor für Architektur der TU Berlin, sehr dafür, dass er uns heute Abend sein persönliches Exemplar zur Verfügung gestellt hat, damit wir uns damit darüber versichern können, ob das, was hier gesprochen wird, auch stimmt. Und nicht zuletzt ist die Ausstellung, das darf ich aus meiner ganz persönlichen Perspektive sagen, ein wichtiger Mosaikstein im Gesamtprojekt Architekturgalerie Berlin, das seit nunmehr 20 Jahren immer der gleichen Frage nachgeht, nämlich wie kann man Architektur ausstellen? Eine Fragestellung, die besonders in der aktuellen Situation immer zentraler wird, da die Kommunikation, auch dreidimensionale Information immer mehr digitalisiert wird. Bevor ich gleich das Wort an Axel Simon übergebe, möchte ich mich natürlich noch bedanken. Und zuerst natürlich bei Adrian Streich dafür, dass er die Einladung angenommen hat und die Ausstellung entworfen und realisiert hat. Wirklich vielen Dank dafür, auch die Zusammenarbeit hat wunderbar geklappt, geräuschlos, konstruktiv, befruchtend, es hat großen Spaß gemacht. Zum Gelingen einer solchen Ausstellung gehören natürlich viele Partner stellvertretend. Dafür möchte ich hier Theo Glauser vom Büro Adrian Streich nennen. Und ich möchte auch nicht vergessen, die Firma zu erwähnen, das mache ich sonst glaube ich nicht, die das umgesetzt hat, weil es wurden sozusagen hochpräzise Pläne auf einem Material gedruckt, was eigentlich dafür gar nicht gedacht ist. Sie haben das sicherlich bei näherer Betrachtung schon gemerkt. Und das war ein hoher Aufwand, aber der Effekt ist phänomenal sozusagen, wie sich Präzision und Abstraktion überlagern. Weiterhin bedanke ich mich natürlich auch wie immer bei den Förderern der Galerie, ohne deren Engagement die Galerie nicht das hier existieren würde. Und last but not least bedanke ich mich bei euch allen dafür, dass ihr die organisatorischen Umstände hier akzeptiert, die eine Herausforderung sind für euch, für uns natürlich auch. Aber wichtig ist, dass das weitergeht. Architektur braucht Diskurs, Architektur braucht Austausch. Wir müssen uns sehen und insofern danke ich mich für die Geduld und vielleicht auch manche Unzulänglichkeit meiner Mitarbeiter und ich. Wir sind noch dabei, sozusagen die richtige Form zu finden, in Abhängigkeit von der tagesaktuellen Gesetzgebung, muss man einfach so sagen. Axel Simon, jetzt endlich zu dir. Du bist Architekt und Architekturkritiker. Seit 2010 Redakteur beim in Zürich erscheinenden Architekturmagazin Hochparterra. Du schreibst regelmäßig für alle wichtigen Architekturmedien in der Schweiz. Du hast unter anderem in Berlin und Zürich studiert und kennst unterschiedliche Perspektiven, nicht nur auf Aldo Rossi, den wir heute schon erwähnt haben, sondern du hast auch einen guten, perfekten Überblick über die aktuelle Architekturproduktion in der Schweiz. Und nicht zuletzt hat dieses Wissen vermutlich dazu geführt, dass du Mitautor der vorhin bereits erwähnten Monografie von Adrian Streich bist. Mithin bist du also der ideale Gast für heute Abend. Und Axel und ich, wir haben letzte Woche telefoniert zu dieser Ausstellung, zu diesem Thema und sind eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass man mindestens drei Vorlesungen dazu halten könnte über die unterschiedlichen Facetten der Ausstellung. Lieber Axel, wir haben gesagt, bitte mach nicht drei Vorlesungen und ich bin sehr gespannt, welche Aspekte dir wichtig erschienen, welche Gedanken du uns mitgebracht hast. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Vielen Dank. Lieber Ulrich, ich könnte gar nicht drei Vorlesungen zu diesem Thema halten oder ich müsste sehr lange sehr viel lesen. Aber wie du sagst, ich beschränke mich jetzt auf maximal 15 Minuten und auf ein paar Stichworte. Nebenbei, du sagst, das sei hier wirklich eine Herausforderung. Ich finde es auch ziemlich scharf, muss ich sagen. Ich finde es ziemlich toll, hier auf der Karl-Marx-Allee zu stehen, quasi oder zumindest auf dem Trottoir der Karl-Marx-Allee und hier die Vernissage zu machen. Ich finde, das passt auch gut zu der Ausstellung. In dem Einladungs- oder in dem Ausstellungstext steht ja, dass Adrian in der Ausstellung ein Netz von Referenzen ausgeworfen hätte. Ich werde jetzt gar nicht erst probieren, dieses Netz irgendwie aufzudröseln. Was ich machen kann und machen werde, ist, mich an ein paar Stichworten zu hangeln und was zu Berlin, zu Zürich, zu Rossi und zu Streich zu sagen. Und ich beginne oder erzähle jetzt, wie Ulrich das auch gemacht hat, von dem Moment, als ich mit Adrian über diese Ausstellung gesprochen habe. Er hat mir da ein Foto gezeigt, das in etwa dem entspricht, was dort auf dieser Einladungskarte ist, also ein Schwarz-Weiß-Foto von einem Modell dieses Raumes. Und was ich gemacht habe, ohne das wirklich zu wollen, ist, ihm versuchen, das auszureden. Weil ich fand dann spontan das nicht so eine gute Idee, in Berlin Fassaden auszustellen. Ich habe mich an meine Zeit in Berlin erinnert. Das war Anfang der 90er, Mitte der 90er Jahre. Viele erinnern sich, wie es dazu und her ging. Es war eine tolle, spannende Zeit, aber es war auch irgendwie eine irritierende Zeit und auch eine bedrückende Zeit, weil sie sehr von Ideologien geprägt war. Also es gab Stein versus Glas, Block versus Objekt. Die einen haben von europäischer Stadt geredet, die anderen haben Neu-Teutonia verstanden. Ich bin dann nach Zürich gegangen, weil ich das Gefühl hatte, dort sei es weniger ideologisch. Also dort lehrte zu der Zeit ja auch ein Heinz Kollov an der ETH und auch ein Vittorio Lampuniani. Und man sah den Studentenarbeiten auch an, welche Ideologien aufseiten der Lehrenden dahinter steckten. Aber wenn diese Studierenden dann mal fertig waren mit ihrem Studium und selber gebaut haben, waren diese Ideologien plötzlich weg. Oder es waren andere Ideologien. Aber ich hatte das Gefühl, in der Schweiz, aus Berlin kommend, und redet man mehr über Raum, über Konstruktion, über das, was Architektur eigentlich ausmacht. Ich wollte aber eigentlich anders anfangen, fällt mir jetzt gerade ein. Ich wollte kurz mal sagen, was man eigentlich sieht jetzt in dieser Ausstellung. Das sind ja vier Gebäude, die Fassaden von vier Gebäuden. Von einem davon sieht man ein Volumenmodell. Es ist ein Gebäude aus Berlin. Ulrich hat es schon erwähnt. Es ist ein Gebäude aus Rom. Das ist dieser Turm in der Mitte. Es gibt zwei Gebäude aus Zürich. Die Gebäude sind aus den 90er Jahren. Das aus Rom ist aus den 50er Jahren. Und die aus Zürich sind aus den Nullerjahren, beziehungsweise das lange, schöne hinten, wird gerade erst gebaut. Jetzt komme ich also wieder zurück in die Schweiz. Und an die ETH. Bei Rossi war es ja ganz ähnlich. Rossi hat ja auch in Zürich gelehrt, kurz. Noch wenige Semester als Gastdozent in den 70er Jahren. Und auch bei ihm war es so, dass die Studenten bei ihm alles lauter kleine Rossis gezeichnet haben. Und als sie dann selber gebaut haben, waren es plötzlich Herzog de Meron, Miley, Peter und ihr kennt all die Namen. Die Generation, die jetzt mittlerweile selber emeritiert sind, nachdem sie auch gelehrt haben. Es gab auch noch einen Martin Steinmann aus dieser Generation, der die Theorie seiner Generation sehr dominiert hat. Es gab einen Heinrich Helfenstein, der die Architektur Fotografie dominiert hat. Es gab einen Miroslav Schick, der die Lehre an der ETH dominiert hat. Schick war auch mit seiner analogen Architektur, wie er es ja genannt hat, war auch einer derjenigen, der vielleicht auch den Weg von Rossi so ein bisschen weitergeführt hat. Der Weg, der von dem frühen Rossi, dem rationalen, dem wissenschaftlichen Anspruch, dem typologischen, der typologischen Forschung, der Architektur der Stadt. Das Buch war ein sehr frühes Buch, er war noch keine 30, glaube ich. Und als er in Zürich gelehrt hat in dieser Zeit, Mitte der 70er, gab es diesen Wandel bei ihm und er wurde plötzlich nostalgisch. Also die persönliche Erinnerung spielt eine wichtigere Rolle. Die Referenzen, also das Wissenschaftliche wurde abgelöst, die Vernunft wurde abgelöst von einer Nostalgie. In Zürich hat Rossi eben gelehrt, in Berlin hat er gebaut. Er hat ja nicht nur das gebaut, das war sein letztes Werk überhaupt. Er hat die Vollendung ja nicht mehr erlebt, er ist ja bei einem Autounfall gestorben. Und das ist sein Vermächtnis, sein Berliner Vermächtnis, sein Zürcher Vermächtnis, denke ich, kann man sagen, ist alles dort. Also die Arbeiten mit Referenzen überhaupt. Das, was in Zürich eigentlich, kann man schon sagen, hegemonial ist. Vielleicht stärker als noch in Basel oder woanders, aber in Zürich sicher. Mein Kollege Marcel Bechtig hat das mal Retrophilie genannt. Also dieses Arbeiten mit Referenzen aus der Baugeschichte. Wer ist jetzt eigentlich dieser Adrian Streich? Er gehört weder zu den Rossi-Schülern der 70er Jahre noch zu den Analogen der 80er Jahre. Für beides ist er mit Jahrgang 66 zu jung. Schön, ich bin auch Jahrgang 66. Es ist toll, da mal von jung reden zu können. Er hat Anfang der 90er diplomiert an der ETH. Bei Flora Rüscher, einer Tessiner-Professorin, nebenbei der ersten Professorin an der ETH. Und diese Tessiner, also die sogenannte Tendenza, hat es ja geschafft, die beiden Heroen der Schweiz, nämlich Le Corbusier und Rossi, zu vermählen. Adrian wurde dann zu einem der Köpfe des Zürcher Wohnbaulabors, wie ich das so gerne nenne. Also das Zusammenspiel, das sehr spezifisch Zürcher Zusammenspiel von Architekten, Wohnbaugenossenschaften in den meisten Fällen und den Planungsbehörden. Das Instrument sind Wettbewerbe. Adrian gewann einen der ersten Wettbewerbe Anfang des Jahrtausends mit der Siedlung Wettwies, also das Projekt hinten an der Wand und startete damit in seine Selbstständigkeit. Und ich muss sagen, immer noch, ich glaube ohne Gewehr, dass das Büro Adrian Streich seit diesen 20 Jahren die meisten Wohnungen in Zürich gebaut hat. Ich kann es nicht belegen, aber ich glaube es. Und die allermeisten Projekte, praktisch alle, sind aus Wettbewerben hervorgegangen. Du hast von dem Buch gesprochen, was ich machen durfte mit Adrian zusammen. Das Vorwort habe ich zwischen Experiment und Alltag genannt. Und zwar deswegen, weil ich glaube, es geht um beim Werk von Adrian. Und wenn ich Adrian sage, dann meine ich damit nicht nur Adrian, sondern natürlich das ganze Büro. Judith, Tobias, Annemarie und ich weiß nicht, wie viele hier noch stehen vom Büro Streich. Ich glaube, es stehen zwei Dinge im Vordergrund, nämlich erstens das, was ich Experiment genannt habe. Vor allem typologische Erfindungen im Grundriss. Sehr oft oder manchmal gekoppelt mit sogenannten neuen Wohnformen, also Clustergrundrisse zum Beispiel oder die sogenannte Terrasskommün. Das ist so eine Mischung aus Laubengang und Gemeinschaftsterrasse. Aber auch einer der ersten, der sehr tiefe Grundrisse bewältigt hat im Wohnungsbau. Also diese Erfindungen auf der einen Seite und zweitens Städtebau. Städtebau deswegen, weil im Wohnungsbau von Zürich selten einzelne Häuser gebaut werden, sondern es geht meistens um Areale, es geht um ehemalige Industrieareale, es geht oft um alte Siedlungen, die ersetzt werden durch neue. Und das sind meiner Meinung nach die beiden Dinge, die das Werk prägen. Jetzt Schlusskurve Citta Analoga. So nennst du ja die Ausstellung, Adrian. Und du wirst dafür in der Heimat sicher einiges zu hören kriegen. Von den wahren Rossianern, also von denen, die glauben zu wissen, was Rossi wirklich in diesem Buch geschrieben hat. Ich sehe in der Ausstellung Folgendes. Ich sehe einen Umgang mit Referenzen, der eher dem des jungen Rossi entspricht. Also eher typologisch, eher kaltblütig als nostalgisch oder bildhaft als beim späten Rossi oder bei den analogen dann später. Was nicht heißt, dass du keine Sehnsucht hast, Adrian. Ich würde sagen, deine Sehnsucht ist temperiert. Ich sehe die weniger beim einzelnen Objekt oder bei der einzelnen Fassade, sondern eben bei dem dazwischen. Also beim Stadtraum, bei der Normalität des Stadtraums und bei den lebenswerten alltäglichen Orten. Wie sie zum Beispiel seine erste Referenz, Mario Ridolfi, der Turm in Rom, wie man sie dort findet, um diese Türme herum. Ist nebenbei auch ein Hauptwerk des architektonischen Realismus. Und das ist eigentlich auch das, was ich in dieser Installation sehe. Realismus. Was mir an dem Namen dann doch gefällt, ist, also vielleicht, wenn man dann eher von analoger Stadt redet als von Chita-Analoga, ist, dass man es ja auch, dass es mehrdeutig ist. Also man kann es auch als ein Gegenstück zur digitalen Stadt zum Beispiel sehen, zu der Smart City, von der heute viel geredet wird. Da drüben ist das Computerspiele-Museum, was ich schön finde. Und in deiner analogen Stadt und in dieser Ausstellung geht es um reale Räume, in denen wir uns treffen und in denen wir leben. Was ja gerade heutzutage auch nicht mehr so selbstverständlich ist. Und auch, man muss sagen, obwohl ja in der Ausstellung verschiedene Orte und verschiedene Zeiten zusammenkommen. Der Raum in der Ausstellung ist real, er kann begangen werden. Du sagst, man sieht auch das Material, auf dem gedruckt wurde. Man sieht das Holz, man riecht die Farbe, wenn man den Mundschutz mal kurz abnimmt. Deshalb unbedingt reingehen, wer noch nicht war. Viel Spaß. Und auch bei dem Austausch danach. Vielen Dank. Ja, da bleibt mir nur noch Danke zu sagen. Es hat mich sehr gefreut. Ulrich hat etwa, es war ein Jahr her, dass er Kontakt mit uns aufgenommen hat. Und das war so wie eben diesen Büroalltag, weil es hat uns diese Ausstellung beschäftigt. Und ich denke, ich habe mich sehr gut wiedergefunden in dieser Darstellung von Axel Simmer. Darin danke ich auch sehr. Und dann danke ich natürlich auch dem Büro, weil Architektur ist natürlich eine Arbeit, die man zusammen macht. Ich möchte kurz noch sagen, vom Büro sind ein paar hier. Der Tobias Lindemann ist hier, die Judith Elmiger, die Laura Hunziker, Christina Albert, der Theo Glauser, der eben an dieser Ausstellung mitgearbeitet hat und auch, dass es hier dann auf dem Ort dann geklappt hat, gewährleistet hat. Der Matthias Weiss, der hat auch an dieser Ausstellung mitgearbeitet. Und dann die Nicole Gärtner ist auch noch hier. Und der Philipp Schneider und die Anna-Marie Stählin. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Und ich denke, was uns wichtig war, das ist unsere erste Ausstellung, die wir gemacht haben, und eigentlich diesen Raum so zu bespielen. Das war so wie eine Gelegenheit. Und es war für uns klar, dass wir eigentlich eben eine architektonische Antwort auf diese Frage geben wollten und eigentlich auch wieder einen Raum generieren wollten. Wie gesagt, auch einen realen Raum, wo man reinstehen kann, sich treffen kann. Und was immer ein wichtiger, also für mich als Architekt immer ein wichtiger Moment war in meinem Berufsleben, waren immer so assoziative Momente. Die sind für mich immer sehr wichtig gewesen. Für das steht eben dieser Turm in Rom, wie alle, einer dieser sieben Türke, in der Ideale Äthiopie. Die habe ich mit ungefähr 23 als Student das erste Mal gesehen. Und das war für mich so ein ganz wichtiger Moment, wie es viele Momente gibt in meinem Leben als Architekt. Aber das war einer. Und aus dieser Idee, aus diesen sieben dicht stehenden Türmen, habe ich dann eigentlich diese Siedlung Wertwies abgeleitet. Und im Februar war ich hier in Berlin, um mit dem Ulrich die Ausstellung vorzubesprechen. Und da habe ich auch einen Stadtspaziergang gemacht. Und da bin ich eben an dieser Schützenstrasse vorbeigekommen. Und das war auch so ein Moment, wo ich gesehen habe, wie jetzt diese Schützenstrasse, die ich natürlich aus den Augen verloren gehabt habe, weil ich da nichts mehr davon gelesen habe. Aber wie jetzt dieses Erdgeschoss. Also ich habe das Gefühl gehabt, diese Schützenstrasse ist wie ein Teil von Berlin geworden. Hat sich eingelebt. Das Erdgeschoss ist belebt. Und dann habe ich gefunden, das wäre eine gute Gelegenheit, dieses auch noch in diese kleine Chita-Analoga zu integrieren. Danke. Ja, also dir auch noch mal vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich möchte noch ganz im Schluss darauf hinweisen, dass wir planen tatsächlich ein Galeriegespräch am 15.10., wo wir dann über alle Teilaspekte noch mal sprechen kommen können. Wir wissen noch nicht genau, wie und in welcher Form. Wir hoffen, dass es gelingen wird und werden euch rechtzeitig wissen lassen, wie es aussieht. Und jetzt gibt es eine ganz kleine Umbaupause. Dann ist die Ausstellung eröffnet und dann gibt es auch endlich die Belohnung für die lange Wartezeit. Und dann wird auch die Bar eröffnet. Also, vielen Dank noch mal für die Geduld. Applaus